Halli, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rocket Leach. Aber ich bin einfach 3 gegen 3 Standard, würde ich mal sagen und behaupten. Und dann kriegen wir das schon irgendwie auf Reihe, ne? Oder wat? Oder wie? Oder wat? Oder wat ist los? So, dann geht das mal rund jetzt hier, würde ich sagen. Das wird bestimmt super. Oder ein vollkommenes Desaster. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Von der Heilige Geist, der auf Kopf gescheißt. Jo. Okay, da, 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 da. Der geht bestimmt auch mit Truff auf den Ball. Nein, das ist wieder so einer, der sich erstmal einen Boost klauen muss. Das ist ja super, so wat. Ja, ganz schnieke. Ja, ganz schnieke, so wat. Ja, ja. Hm. Alle, im Ernst? So, machen wir einfach das Tor. Da machen wir einfach das Tor. Sheetigall. Wenn die Möglichkeit da ist, dann können wir sie auch nutzen. Okay, Bengel. Lass, geh mal weg. Du Gruppensucher, du. So, dann verteidige mal. Zeig mal, was du kannst. Okay, da waren wir nicht hoch genug für. Warte, wat eine Karambolage ist hier. So, der geht wieder nach vorne. Einfach so. Natürlich war keiner von unseren Kollegen da, der ihn reindrücken konnte. So, ab in die Mitte. Ah, der Müll, der Müll ist ja noch verwandeln. Also wirklich. So nicht. Toll, da war zu viele, zu viele Autos. Kam nicht richtig dran an den Ball. Ja, komm. Ah, schade. Warte. Die spielen wieder zurück. Schnicke. So. Der Ball, der will heute irgendwie zu mir. Ich habe eine magnetische Anziehungskraft. Hätte ja mal klappen können, ne? Nein. Ha, lol. Ja, ich war dran, aber... Den, den habe ich nicht einfach so mal eben verwandelt bekommen. Nein. Ah, knapp drunter. Schweinerei. Das ist wieder typisch ich. So, mal gucken. Was machen sie? Warum... ...spürst du mich denn noch an? So. Na, nö. Da war er noch dran. Komm. Ah, schade. Ah, gut. Den hat er. Das ist wunderbar. Dirim, dirim. Na, na. Der bleibt hier vorne bei euch in der Ecke. Ah, toll. Nein, das ist jetzt nicht wahr. Knarzt. Warum muss er noch unbedingt noch mal mit reindrücken? Ja. Ja, na, ja. Das ist nicht so perfekte, was ihr da tut. Das wird wohl ziemlich auf dem Unentschieden hinauslaufen. Ja, toll. Na, scheiße. Oh, Alter. Den hätte ich jetzt echt gefeiert, wenn der reingegangen wäre. Den hätte ich jetzt aber echt gefeiert. So, ich gehe trotzdem wieder nach vorne. Ja, los. Nachschlag. Oh, nicht so, bitte. Ah, toll. Toll. Nice. Habe gewonnen. Super. Warum bedanken die sich? Sind die dämlich? Oh, wir haben verloren. Da müssen wir uns bedanken. Ja, das hat's. Da muss ich zustimmen. So, was ist mit euch Zweider? Gut, dann kann man jetzt weitergehen hier. Dü, 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 dü. So, da haben wir auch schon ein neues Teamchen gefunden. Den kann das jetzt mal lose gehen, oder was? Ich bleibe auf jeden Fall hinten, weil die sind vor mir. Die brauche ich nicht mit Rufdonnern direkt. So, da war ich dran. Da war ich auch dran. Okay, den können wir doch schnell greifen, wenn der Baller eh unten rumliegt. Alle, was, was ist hier los? Die haben uns einfach ausgespielt und dann war er drin. Alter, mit rosa und pink und so. Na dennne. Wer es haben muss. So. Jetzt am besten nicht nochmal ausspielen lassen. Toll. Ey, das gibt's nicht. Es steht hinten und macht nichts. Ja, mach doch mal was. Ja, mach doch mal was. Tja, da ist Pashi02 ja schon abgedampft. Ciao. Alter, ernsthaft? Das kann man nicht sein. Was sind denn das für Noobs? Alter. 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 Oh, alle so knapp. Na, der ist doch drinnen. Alter, Verwalter, die-le-bam-bam. Mist. Oh, das ist nicht wahr jetzt. Das ist doch kacke, so. Na, da war ein Tick früher noch dran. Scheiße. Ah, toll. Das steht ja auch noch auf. Karom denkt, warum gehen die da nicht einfach raus? Ne, ich gebe da so eine Pause-Dingens. Da kannst du dann einfach rausgehen. Decoller doch rein. Super. Tja. Also noch ist anscheinend nichts entschieden. Hm. So, komm, ran am Ball. Ja, zu spät. Zu spät. Losgefahren. Alter, ernsthaft? Geh doch an den Ball. Den Boost kannst du dir da nachholen. Und wenn es ein eingespieltes Team ist, okay, dann kann man das machen, aber so? Ja, geil. Was sind das für Noobs? Ganz ehrlich. Oh, ich muss den Chat voll spenden, mit alles Mögliche. Oh. Alter. 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 Einfach nur, lol, alter. Na, hier, so ein Boost-Grabscher ist er. Ein Boost-Grabscher. Ja, komm, dann fahrt mir vorbei. Und treff bloß nicht den Ball. Alter. 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 Das war knapp. So, oh. Den muss ich jetzt machen. Supergeil, Alter. Jetzt schon, elf Tore sind schon gefallen. Alter, heftig. Elf Tore sind schon gefallen. Okay. Du schn 건�ere. Geil. Oh. Okay. 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 Ausgleich, Alter. Zwölf Tore sind gefallen. Puh. Na gut. Wenn man dann im Team dann auch noch einen hat, der in AFK ist, wo der wahrscheinlich von ausgegangen ist, okay, der blockt. Aber, naja. Na, wenn der lieber AFK sein will. Mann. Hol den Ball doch irgendwie raus. Anstatt ihn einfach nur hinterher zu fahren. So, habt ihr ihn? Oh, ihr habt ihn frei nach vorne gespielt. Na komm. Ah, schade. Und in die Verlängerung. Alter Verwalter. Puh. Nice. Ah, schade. Ah, ich war noch dran, aber hat nicht die gewollte Wirkung erzielt. Ja, toll. Oh, knapp. Oh, so knapp. Na los, komm schon. Boah, das gibt's nicht. Und dann spring ich immer knapp drunter bei solchen Bällen. Das ist doch kacke. Nein. Oh, nein, 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 nein. Der darf nicht rein. Ja, komm. Ah, leck mich doch am Arsch, Junge. Das machst du mich noch kaputt. Oh, nice. Wieder drunter durch. Unter dem Ball. Da geh ich gar nicht erst bei. Der geht vorbei. Ja, komm mal. Hm, schade. Da brauchst du mich nicht noch zu römpeln. Hm, lalalalala, lalalalala. Okay, der geht auch in sein... Boah, alter. Ja, gut, er hat ihn. Na, komm hier zurück. Ey, das ist doch nicht wahr. Das gibt's einfach nicht. Oh, fuck. Ich fahr den auch noch immer knapp dran vorbei. Okay. Ja, gewonnen, alter. Puh. Alter, war das ein... War das ein spannendes Spiel. Alter, Verwalter. Boah. Gewonnen, alter. Abgezogen. Voll abgezogen. Kistebeschleuniger. Alles klar. So, Freunde, ich sag vielen Dank fürs dabei sein. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und damit, ciao mit V.